Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Paper Mario Color Splash. Wir sind hier im grünen Kernkraftwerk, dem ersten Level im grünen Großsternbereich. Wir waren ja schon mal in grünen Bereichen, aber das hätte damit ja nichts zu tun. Und ich sehe da vorne ein L. Das könnte ja eigentlich nur eins bedeuten. Wir finden mal wieder Luigi, wenn ich mich hier richtig hinstellen darf. Hallo? Hä? Okay, ich muss mich auf die Röhre stellen, ich verstehe. Und das war mal wieder sehr auffällig. Ich weiß nicht, ob wir Luigi irgendwie verpasst haben, aber es muss hier eigentlich so sein. Jetzt haben wir den aber zweimal im letzten Abschnitt gefunden. Keine Ahnung, die Münzen kann ich auf jeden Fall gebrauchen, denn wir hatten nur noch 300, jetzt haben wir zumindest 600. Das nächste Schnick-Schnack-Schnuck-Wettbewerb-Dingend sollte auf jeden Fall bald kommen, sonst haben wir ein Problem, was Münzen anbelangt. So, Luigi ist weg. Damit gibt es auch einen neuen Brief. Ich könnte in die Röhre, ich kann aber auch hier rein. Warum ist hier direkt ein Speicherblock am Start? Das verwirrt mich. Ich nehme den mal. Schaden tut er ja nicht und dann schauen wir mal rein. Okay. Abgeschlossen. Lass uns doch mal klopfen. Ähm. Hallo? Okay, ist offen. Warum habt ihr Fabian geklaut? Mario, hilf mir! Plötzlich hat mich dieses Ding gepackt. Kein Grund zu sorgen, dieses Gerät ist absolut sicher. Ich entschuldige mich für den etwas festesten Händedruck. Mein Gott. Ihr befindet euch im Grünkernkraftwerk. Normalerweise forsche ich hier über alternative erneuerbare Energien, doch ironischerweise ist der Strom ausgefallen. Und jetzt versuchst du Strom aus mehr rauszuquetschen. So funktioniert das aber nicht. Nicht? Oh, ich wäre... Ich dachte, du wärst ein Roboter. Oder eine Dose Katzenfutter. Das hätte auch geholfen. Aber ich habe meine letzte Energie für den Einsatz der Klaue benutzt. Katzenfutter, eine Frechheit. Lass mich gefälligst runter. Augenblick. Was war das für ein Stromausfall? Ist die Sicherung rausgefallen? Genau, aber ich konnte sie nicht einfach wieder reinmachen. Es war sehr merkwürdig. Ich habe eine Art Sternschnuppe gesehen. Sie kam durch das Fenster gezischt und flog direkt in diesen Bildschirm. Dann ist die Sicherung rausgeflogen und alles war finster. Das könnte eine der Farbstähne gewesen sein, Mario. Wir sollten uns diesen Bildschirm mal genauer ansehen. Also, kannst du verrückte Todwissenschaftler mich runterlassen und den Bildschirm einschalten? Aber natürlich nicht. Hast du nicht zugehört? Ich habe keinen Strom. Aber du kannst dich gerne hier umsehen, falls du denkst, dass dir eine Lösung einfällt. Ja, tut es. Denn ich habe vorher mit dem Hinweistod gesprochen. Und der hat uns darauf hingewiesen, dass wir die Batterie brauchen. Und das ist dann ja, denke ich mal, relativ logisch. Vermutlich hier. Nee, doch, beim Bildschirm direkt. Dann setzen wir die halt hier ein. Hallo? Das passt perfekt. Ach so, ja, dafür muss ich erstmal... Der Arm da weg. Wie ist die ganze Farbe in den Kopf gestiegen? Ich könnte eine Runde in Farb... Was weiß ich, gebrauchen. Kannst du der Arm bitte weg? Hallo, das passt perfekt. Willst du mich verarschen? Okay, also ich hätte jetzt gedacht, dass die Batterie hier schon hin muss. Aber vielleicht hilft uns die Röhre draußen ja weiter. Dann schauen wir uns erstmal in der... Um, dieser Block hier ist auch mega auffällig. Aber keine Ahnung, was der da soll. Ah. Wunderbar. Dann setzen wir eben da die Batterie ein. Und dann können wir da drin wahrscheinlich das Bild ausschneiden. Warum auch immer. Hatte eh... Also die Karte lag ja sonst eh auf der Seite. Das wäre eh merkwürdig gewesen. Oh Gott. Jetzt ist hier wieder alles unsortiert. Nee, jetzt ist sortiert. Aber die Dings sind immer ganz links. Das heißt, ich kann ganz rüberscrollen und... Ich habe die Batterie nicht dabei. Oder ist es doch unsortiert? Ist es doch unsortiert. Ich kann ja hier nicht sortieren. Ich habe die Batterie auf jeden Fall gekauft. Und da ist sie. Mittendrin natürlich. Weil ich natürlich danach noch im Shop war und eine ganze Menge andere Sachen gekauft habe. Okay. Werde mir darin das aufgeladene Wort? Okay. Wenn ich mich recht erinnere, schlagen Blitze auf den hohen Objekt aus Metall ein. Okay, Fabian. Alles fit? Da lag ich ja richtig mit den Blitzen. Okay. Läuft doch alles. Dann werden wir wahrscheinlich gleich das nächste Dings brauchen. Und ich habe es nicht. Oh. Mario Bros. Du hast es geschafft. Der Strom ist wieder da. Kein Problem, Mario. Ich kann den Farbstern durch diesen Bildschirm riechen. Wegen des minzfrischen Dufts würde ich sagen, es ist ein kleiner grüner Farbstern. Was ist das überhaupt? Alles für fürres Zeug auf dem Bildschirm und diese Musik. Sie macht mich irgendwie fröhlich. Ach, mein neuestes Experiment. Ich messe, wie sich die Gehirnströme beim Anblick dieser Uhrheitenbilder ändern. Ich verstehe die Bedeutung dieser Bilder nicht, aber sie scheinen ihren Betrachter recht fröhlich zu machen. Ist es nicht faszinierend, wie sich die Bilder zur Seite bewegen und diese Plattform? Ja, irgendwie richtig faszinierend. Aber ich bin mir sicher, dass einer der Farbständer da drin ist. Kannst du uns da irgendwie reinbringen? Ernsthaft? Wir gehen jetzt ins erste Mario Bros. Okay, das wäre ein gutes Easter Egg. Dann bringen wir uns eben so da rein. Okay, kann auch, warum es aber erstmal nicht funktioniert hat. Und dann mal rein ins Mario Bros. Wir springen da wirklich rein. Okay. Das ist eine Wendung, mit der ich nicht gerechnet hätte. Ganz schön schräg hier. Alles piept und blinkt. Manche Dinge ändern sich nie. Da stehen wir nun in einer völlig neuen, verrückten Welt und treffen auf einen Gumba. Ich bringe einfach auf ihn drauf oder verpasse ihn einen Schlag mit dem Hammer, wie du es auch in der echten Welt machen würdest. Okay. Wanderpilz gibt es hier auch. Okay, es ist jetzt nicht ganz das erste Mario-Level. Das ist ein kleines Problem. Wir sollten das Ganze mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Das geht etwas Farbe kosten, aber das ist es wert. Drücke doch mal Y und lass dich überraschen. Oh Gott, ist das jetzt ernsthaft? Oh nee. Das ist doch verrückter, als ich erwartet hatte. Du solltest es bei jeder Gelegenheit ausprobieren. Da gibt es nur einen Nachteil. Ich kann dir diese Perspektive immer nur kurz ermöglichen. So ungefähr 10 Sekunden. Und danach kehrst du die echte Welt zurück. Oder besser gesagt, in die echte Welt innerhalb der falschen Welt, in der wir uns befinden. Kompliziert, ich weiß. Wenn du vor Ablauf der 10 Sekunden die Perspektive verlassen möchtest, drücke einfach Y. Oh shit. Das macht den ganzen Kram hier natürlich mega kompliziert. Das ist halt absolut 1 zu 1 Super-Paper-Mario-Spielelemente. Das einzige Paper-Mario, was ich ja vor den Displays schon mal gespielt hatte. Nur, dass da nicht mit Zeitbegrenzung war. Von daher ist das ja ein bisschen stressig hier. Welches Mario Bros ist denn das? Mario Bros 3, oder? Von der Optik her. Diesen Zielbildschirm da. Müssen das jetzt echt sau auf die Perspektive ändern. Hier haben wir nämlich zum Beispiel schon mal eine rote Röhre. Oh Gott. Das wird stressig. Okay, hier ist sogar ein aktueller Cooper. Das wundert mich. Wollte noch nicht wieder raus. Aber müssen wir jetzt wohl leider. Ich wollte eigentlich die hintere Röhre nehmen, die nur in dieser 3D-Perspektive hier sichtbar ist. Den muss ich leider mitnehmen. Also werfe ich dafür ein One-Up-Pilz weg. Ein riesiger K.O.-Hammer. Was ist das? Ausquetschen? Ah, ein Hammer. Okay, cool. Also ich habe gesehen, dass das ein Hammer war. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der zu einem realen Dings wird. Weil der sei ja doch ein bisschen anders aus dem Klauenhammer. Dank seiner Stachelkopf ist dieser Hammer. Marius hat herkömmliche Variante überlegen und kann zur Zerstörung riesiger Felsbrocken eingesetzt werden. Den hätten wir mal beim Steinschlag gebraucht. Ich habe noch so viele von den kleinen Eisblumen übrig. Aus dem Vulkan. Aber da wir so schnell vermutlich nicht in den Vulkan zurückkehren werden. Ist hier schon alles in Ordnung soweit. Okay, also dieses ganze Bonus-Kram hier war vermutlich nur wegen dem Hammer. Okay, wir sind wieder am Start. Ich muss das hier echt alle paar Sekunden machen. Das verbraucht halt sau viel Farbe, aber... Ich muss halt echt gucken, wo es am sinnvollsten ist, das so zu machen. Oh, shit. Die Musik ist auch in 8 Bit. Oder 16 Bit. Was weiß ich, ich kann das nicht unterscheiden. Juhu, und wir können jetzt das erste Mal vier Karten einsetzen. Aber ich glaube, die brauchen wir bei denen gar nicht. Deswegen nehme ich erst mal nur zwei. Und ich hau mal drauf. Und ich habe natürlich passenderweise dieses Mal keinen Timer gestellt. Das ist ja super. Oh, der hast du ihn ja nicht getroffen. Dann stelle ich halt jetzt einen Timer und versuche so fünf Minuten zusätzlich zu machen oder so. Also fünf Minuten weniger. So, kurz gestellt. Und dann machen wir den noch platt. Habe ich irgendwas Kleines? Ich habe natürlich wieder nur so starke Items. Verdammt. Hier kommt der Bohrsprung. Das ist, glaube ich, das einzige normale kleine Item, was wir haben. Ansonsten haben wir immer nur doppelte oder riesige. Oder große, nicht riesige. Das ist auf jeden Fall eine coole Gefällt... Äh, Gefällt. Welt, die gefällt mir jetzt schon. So wollte ich das sagen. Oh. Und unser Hammer hat bald die 390 erreicht. Was? Ich hätte doch mit dem Hammer schlagen sollen. Verdammte Kacke. Das sind so mehrfach Cooper. Machen wir mal so einen doppelten Sprung. Und dann einen doppelten Hammer. Und dann noch einen doppelten Hammer, weil ich nicht weiß, wie die aushalten. Einen Sprung auf jeden Fall, um den Panther loszuschießen. Okay. Ja, der normale Hammer war dumm. Das merke ich jetzt erst. Ich habe ja vergessen, dass der normale Hammer ja nicht mehrfach trifft. Das war nicht das Schlaueste, was ich hier gerade angestellt habe. Hätte ich zumindest jedes Mal Spitze machen müssen. Dann hätte ich jeden Mal getroffen. Also den ersten müssen wir nur noch einmal treffen. Den zweiten müssen wir noch viermal treffen. Dann nehme ich noch einen doppelten Hammer und noch einen normalen Sprung im Idealfall. Habe ich aber nicht. Ich habe hier aber noch ein paar von den Blumen. Die kann ich auch mal benutzen. Die trefft ja auch viermal. Das sollte ja alles funktionieren. Nimm das. Und nimm das. Okay, zweimal treffen hätte ich schon gereicht. Aber wie gesagt, ich habe so viele Blumen aus dem Vulkan noch übrig. Da kann ich auch mal eine davon benutzen. Das hat nur leider recht viel Farbe gekostet, aber sollte schon irgendwie ihn hauen. Ich kriege aber ja auch ordentlich Farbe wieder zurück. Okay. Da kann man ja irgendwie hoch. Ich sehe da oben ja sogar das Loch drin. Achso, von hier natürlich. Gut, dann so und so und dann mal hier reinschauen. Aha. Boah, dieses Level hat so viele Secrets. Das ist unfassbar. Diese Flagge scheint wichtig zu sein. Vielleicht kommen wir mit ihr wieder hier raus. Spring doch mal an sie ran, wie du es manchmal beim Ausschneiden machst. Ja, könnte ich. Aber ich konnte auch einfach an der Flagge vorbeigehen. Und ich glaube, das ist das Secret. Das wird sie gerade mehr oder weniger unfreiwillig gefunden haben. Eine Röhre hinter dem Ziel. Okay. Okay. Gott, muss ich in diesem Level viel forschen. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Und da hinten lief ein Toad. Was, noch ein roter Rettertort? Ich dachte, wir hatten langsamer alle, aber wir hätten ja 45 gesammelt. Ach, nö. Ach du Scheiße. Okay. Härtele Geschütze müssen rausgeholt werden. Nämlich die beiden großen Hämmer und einen großen Eisensprung. Und im Idealfall bis zur Spitze kommen, weil dann treffe ich die hinteren auf. So. Wunderbar. Und dann stirb. Puh. Mario, du bist es wirklich. Ich dachte, ich hätte dich vorhin schon gesehen, aber das habe ich mir wohl nur eingebildet. Du warst so kantig und insgesamt seltsam. Ich habe den grünen kleinen Farbstern bis hierher verfolgt, aber dieser Bummerang, Bruder, war zu viel für mich. Lass uns schnell in die echte Welt zurückkehren. Ich warte am Flaggenmast. Okay. Du hast dich noch gar nicht vorgestellt, mein Freund. Das ist doch bei euch eigentlich so üblich. 390. Kann echt sein, dass 400 das Maximum ist. Auch wenn 500 eigentlich ein besseres Maximum wäre, aber... Naja. Ich hoffe mal nicht, dass wir noch so weit gehen müssen. So. Wo kommen wir hier raus? What the fuck? Ach du Scheiße. Hä? Ich lasse dich. So, weg mit dir. Also noch nicht weg mit dir. Natürlich kommen jetzt für dich noch mehr. Hm. Das ist schon entspannt. Ich habe so viele Pilze noch übrig. Ich habe auch so viele Eisblumen noch übrig. Also nimm eine Eisblume. Ich habe ja so viel auf Vorrat besorgt für den Vulkan. Und das war's. Juhu. Okay. Jetzt hier ist schon wieder die Flagge. Na, da bist du ja. Nichts wie raus hier. Kann ich hier auch dran vorbei? Ne, der nicht. Okay. Dann müssen wir die Flagge leider nehmen. Gehen wir damit jetzt ganz raus? Okay. Wir haben den Farbstähler aber nicht gefunden. Bin ich vielleicht froh, wieder von Papier umgeben zu sein. In diesem Monitor wäre ich fast durchgedreht. Roter Rittertod Nummer 46 bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Hauptquartier in Port Prisma. Auf unseren Anführer warten. Den wir immer noch nicht gefunden haben. Okay. Wir müssen also nochmal rein. Die Flagge bringt dann also insgesamt komplett raus aus dem Ding. Das heißt, es war ganz gut, dass wir die erste Flagge umgangen sind. Bei der zweiten jetzt habe ich keine Möglichkeit gesehen. Aber wir hatten hier noch diese eine Röhre, die wir nicht genommen haben. Die versteckt hinter vier anderen Röhren waren. Ich kann mir vorstellen, dass die uns vielleicht auch noch woanders hinbringt. Na dann. Auf geht's. Nochmal von vorne das Ganze. Aber wir müssen das hier so oft machen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. So ist hier vorne auch noch irgendwas. Hier hatten wir ja noch gar nicht gedreht. Bei uns das hier noch gar nicht beigebracht wurde. Ja, zum Beispiel ist da hinten auch noch ein Raum versteckt, den ich irgendwie übersehen habe am letzten Mal. Oder vielleicht auch nicht. Hier ist es mit der Schatten. Gut, dann hier einmal rum. Und hier einmal hoch. Achso, ja. Perspektiv und so. Mal weiter. In der roten Röhre waren wir schon. Aber da haben wir, ne, in der roten Röhre waren wir zwar schon. Aber da müsste doch die andere Röhre gewesen sein, die wir ausgelassen haben, richtig? Also, die Farbe können wir immer gebrauchen. Da ist ein bisschen Frieden. Wow. Okay, der Boomba müsste ja auch noch da sein. Ich möchte die Farbe gerne haben. Danke sehr. Okay, und jetzt drehen wir hier, wann ich gerne die hintere Röhre benutzen möchte. Die sieht so ein bisschen versteckt aus. Ah, und damit kommen wir nämlich hier hoch und kommen in die andere rote Röhre. Oh, I see. Das ist sowas von das Secret-Level hier. Also, ich meine, hier gibt es ja viele Secrets in diesem Level. Das meine ich damit. Okay. Jetzt müssen wir wieder in der anderen Perspektive weitermachen. Uns geht leider gleich so ein bisschen die Farbe aus. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das war dumm, glaube ich. Nein, okay, ich kann mal draufstehen. Ah, und schon wieder ein Secret gefunden. Mit einer weiteren roten Röhre. Jetzt würde ich natürlich gerne erstmal wissen, wo die andere Röhre da oben führt. Aber wir müssen diesen Vipon nochmal gehen. Dann nimm das. Wie kompliziert ist das denn bitte alles hier? Meine Fresse. Komplizierteste Level bislang überhaupt. Großer Hammer. Großer K.O. Hammer. Großer K.O. Hammer. Müsste hier eigentlich reichen. Vielleicht doch nicht. Was weiß ich. So, auf jeden Fall den ersten wegkloppen. So, den zweiten wegkloppen. Und jetzt macht der dir hoffentlich relativ viel Schaden. Nein. Das habe ich gesehen, dass der leider überlebt hat. Dann können wir bei dir wieder so einen kleinen Bohrsprung hier verschwenden. Vielleicht versuche ich jetzt mal das Timing ein bisschen besser zu machen. Mittlerweile weiß ich ja, wie er funktioniert. War sogar direkt ein Exzellent. Finde ich gut. Und die Farbe konnten wir gebrauchen. Und da ist der Grünstern. Schau nur. Er ist zwar merkwürdig kantig, aber das sieht für mich wie ein Farbstern aus. You got a mini paint star. Kleinen Farbstern erhalten. Das sollte wohl auch ein wenig nostalgisch wirken. Okay, wir haben den Farbstern jetzt gefunden. Aber irgendwie habe ich im kompletten Level gar nichts gefärbt. Das wundert mich ein wenig. Die Sternschnuppe, die in den Monitor gesaugt wurde, kam plötzlich herausgeflogen. Und das völlig ohne 3D-Brille. Ja, gut. Was sagt denn der Status? Der Status sagt 0% restauriert. Weil hier gab es ja auch irgendwie nichts zu restaurieren. Wir schnappen uns den erstmal. Es gab ja auch eigentlich nur einen. Ich habe das Gefühl, dass wir da drin noch nicht alles gesehen haben. Einerseits, weil wir noch nicht alles gefärbt haben. Andererseits, weil dieses Level noch so viele Gänge gehabt hätte. Ein Brief ist angekommen. Das wird irgendwie zu sein. Puh, ich muss mich hier echt nochmal umgucken. Also, ich hätte jetzt ja gedacht, weil wir in der 2D-Welt gar nichts zum Färben gefunden haben. Bin ich ja davon ausgegangen, dass man in der 2D-Welt vielleicht nichts färben kann und nur hier draußen. Aber hier draußen sehe ich ja auch nichts, was ich färben könnte. Und dieser blöde grüne Block hier draußen. Der verwirrt auch extrem. Konnte ich da oben irgendwas färben? Hm. Da wir aber 0% haben, muss es hier irgendwas zum Färben geben. Von daher schauen wir uns da drin nochmal um. Wir waren scheinbar irgendwo noch nicht. Diese Kisten hier sind neu. Aber die... Oder die habe ich beim letzten Mal vielleicht auch einfach schon kaputt gemacht. Wir gehen wieder rein. Moment, warte mal. Ist dieser kleine Fleck da unten am Fernseher... Ach nee, das war einfach... Dieser kleine Fleck da unten am Fernseher war die Staubwolke, die Mario beim Laufen hinterlässt. Ich dachte schon, dieser kleine Mini-Farblos-Fleck da, der hätte... Der wären jetzt die Prozente, die uns fehlen. Hm, also das Level, das war jetzt geschenkt. Das haben wir in 14 Minuten geschafft. Und wir haben aber einen roten Retter-Toad gefunden an einem Secret Place. Ich kann mir vorstellen, dass es hier noch mehr rote Retter-Toads gibt. Einen anderen verstecken. Also hier im ersten Bereich sehe ich auf jeden Fall kein Secret mehr. Hier im zweiten Bereich... Hier bin ich, glaube ich, hier noch nie langgegangen. Eine riesige Hammerkarte. Juhu, etwas Neues. Sehr gut. Und damit sind wir nämlich auch, wo wir vor uns lange noch nicht waren. Ich werde alle paar Meter mal das Ding hier aktivieren. Um zum Beispiel hier ein paar Münzen zu bekommen. Allerdings sieht uns die rote Farbe aus. Ich brauche ein paar Goombas. Okay, dann Beeilung. Ich mag das Prinzip von diesem Level sehr. Nur ich finde es halt sehr doof, dass der so viele Karten verbraucht. Nein, nicht Karten verbraucht, sondern so viel Farbe verbraucht. Weil man halt wirklich alle paar Meter diesen Modus aktivieren muss, um zu schauen, wo man eigentlich ist. Warum nicht hinterlasst ihr ein bisschen rote Farbe? Nehmt mal den, weil ich den gerade übrig habe. Und nehmt mal den. Das sollte reichen. Wahrscheinlich reicht die Eisblume alleine schon. Ich wollte jetzt auf jeden Fall nichts einsetzen, was ich färben muss. Gut, dass ich unsere ganzen Wonderpilze sehe. Jetzt könnte ich die tatsächlich mal gebrauchen. Jetzt hätte ich tatsächlich das erste Mal in diesem ganzen Let's Play in Wonderpilze benutzt. Warum denn auch den hinteren? Den vorderen hättest du doch in den hinteren Schleunern führen. Dann hätte es doch gereicht. Jetzt, wo ich alle Wonderpilze weggeworfen hätte, hätte ich tatsächlich mal eine benutzt. Das ist ja mal wieder typisch. Naja. Dann nimm du noch den letzten Bohrsprung hier. Die ich noch übrig habe. Den Pilz nehme ich einfach nur damit ein bisschen Platz dafür, weil ich hier so unfassbar viele Pilze im Inventar habe. Man kriegt die ja auch unendlich von den Großen. Gib mir rote Farbe. Natürlich alle Farben, nur nicht rot. Wieder hinter einer Ziehflage hinher. Finde ich hier noch eine Batterie? Ach nee, eine Flöte? Okay, wir haben jetzt zwei Dingse gefunden. Und wir bekommen sehr viel Rot, das gefällt mir. Ich mag die Flöte. Blockflötenkarte. Dieses Instrument könnte eine Melodien entlocken werden, die einen wahrhaft erbebenden Hörgenuss garantieren. Okay, also zwei neue Dingse. Das hat sich also nochmal gelohnt, diesen Weg hier zu gehen. Damit haben wir ein zweites Dings bekommen. Dann gibt es aktuell noch einen Weg, den ich kennen würde, den wir noch nicht gegangen sind. Nämlich kurz vor dem Farbstern-Secret-Exit gab es noch einen normalen. Ah ja, wir haben ja immer noch 0% zum Färben, ne? Das darf ich auch nicht außer... Bedacht lassen, ich wüsste auch nicht, wie ich in dieser Welt da farblos Flecken erkennen sollte. Ganz, ganz komische Welt hier. Also, wir haben uns hier vorne schon mehrfach umgeschaut. Hier vorne haben wir nichts gefunden, irgendwie. Sonst, wir können den Kram eigentlich ignorieren. Und direkt durchlaufen. So, hier wird es jetzt wichtig. Denn wir gehen wieder nach hinten. Um hier reinzukommen. Okay. Soweit sind wir jetzt gut. Jetzt müssen wir super kurz ausweichen. Dann wieder in diese Ansicht, diese Röhre hier nehmen. Durch die hier oben gehen. Und dann wieder in den Lava-Bereich kommen. So. So. Wow. Und dann hier rüber. Und wieder zurück in die Ansicht. Das verbraucht tatsächlich sehr, sehr viel Farbe hier. Okay. Und da unten. Die Münze gibt dann ja auch den Hinweis, da gäbe es natürlich noch einen Weg. Gibt es hier noch einen anderen Weg außer die Röhre? Es gibt hier noch eine ganze Menge Münzen. Es gibt hier noch eine ganze Menge Münzen. Wow. Aber mehr eben auch nicht. Also, durch da. Also, wo kommen wir denn dann jetzt hin? Oh, wieder hier. Nee, nicht wieder hier. Waren wir hier schon mal? Eigentlich müssten wir schon mal von der links gekommen sein, ja? Das war, glaube ich, der Ausgang vom Hammer aus. Okay. Hm. Wunderpilze hier sind natürlich ganz gut. Jetzt verstehe ich auch, warum die da sind. Dann gehen wir noch mal den Weg hier hinten rum, beim Boomerang-Bruder. Ich will doch nicht gegen ihn kämpfen, verdammte Kacke. Ich bin extra so weit hinten gesprungen, verdammt. Einfach, weil ich so viel davon habe. Mal wieder einen Pilz aktivieren. Und ich habe auch so viele Sprünge. Machen wir die halt mal so glatt. Ich habe wieder so viele Hammer-Bild-Leute-Ski, das ist immer doof. Ciao. Nicht? Oh. Okay, die halten mehr, als ich gedacht habe. Großer Eisensprung hat nicht gereicht. Gut, dann nehme ich noch zwei große Sprünge. Mache ich damit halt Platz? Und hau ab, du Vollidiot. Ein riesiger Hochhammer. Auch den brauchten wir noch. Das gefällt mir so weit. Wir bekommen einige neue Dinge. Ja, hier gibt es doch bestimmt noch das eine oder andere Sieg. Gut, wir haben da oben hier schon eines gefunden. Und wir sind hier ja dann um die Flagge rumgekommen. Ich gucke mich erst mal hier unten um. Aber hier unten würde... Oh, ein riesiger Eisensprung. Hier hinten würde jetzt die Flagge kommen, der mir nicht ausweichen kann. Deshalb sind wir hier hier hoch, ne? Das war ja so, dass wir dann... Okay. Deshalb sind wir hier dann so, so, dann nochmal drehen. Gleich gehen wir die Farbe aus. So, und dann so kamen wir da hinten durch. Das hatte ja sehr gut funktioniert. So, und jetzt muss ich mich hier aber wirklich nochmal ein bisschen besser umschauen. Aber da oben ist definitiv nichts mehr außer die Röhre. Und durch diese Röhre kamen wir hier hin. Hier habe ich mich auch nicht gut umgeschaut. Zum Beispiel bin ich den regulären Weg, glaube ich, gar nicht gegangen. Aber warte mal. Da ich, dass wir hier so viele neue, riesige Karten bekommen, würde ich natürlich auch gerne wissen, was da oben drin ist. Deswegen mache ich einmal so. Oh, das ist ein Wurnerpilz. Den können wir tatsächlich gebrauchen. Ach so, ja, stimmt. Hier war ja nur die Kugel für die Kanonen. Aber was ich nicht nachgeguckt hatte, ist... Ob man da so irgendwie besser dran vorbeikommt. Ja, einfach nur genauso wie sonst auch. Und da oben war wahrscheinlich auch nur der Toad. Auch da schaue ich mich nochmal um. Weil ansonsten wüsste ich echt nicht mehr, wo wir hier noch was machen müssen. Aber uns fehlt definitiv noch ein Farbfleck. Ganz komisch. Aber hier oben ist auch definitiv nichts mehr, ne? Joa, dann... Gehen wir halt doch hier lang. Dann gab es hier noch irgendwas. Oh, so eine Menge Hammerbrüder. Oder Bumerangbrüder scheinbar nicht. Hm, dann müssen wir dieses Levelbuch für diesen Part erstmal vorerst abschließen. Ich meine, wir haben ja die... Den Gang ins nächste Level. Das ist hier nicht so schlimm. Weiter kommen wir ja auf jeden Fall. Nur es verwundert mich halt ein bisschen, dass wir hier nicht so viel... Also weniger gefunden haben, als ich erwartet habe. Und... Wir haben halt noch so viele Sprünge. Und wir haben ja eben festgestellt, dass ein großer Eisensprung für die Viecher, obwohl die angeschlagen waren, nicht gereicht hat. Und deshalb gleich noch den großen Sprung hinterher. Und dann passt das. Also auch hier nochmal gucken. Es gibt keinen Weg, da hinten irgendwie anders rumzukommen. Nö, wir müssen zwangsläufig diese Flagge hier aktivieren. Dahinter wäre ja auch nur eine Wand. Damit weiß ich wirklich nicht mehr, wo es hier noch was geben soll. Das heißt, wir beenden an dieser Stelle tatsächlich diesen Part hier mit 0% eingefärbt in dieser Welt. Ich kann hier ein bisschen rumfärben. Ansehen, bricht leicht seltsamer Monitor. Ich habe einen leicht seltsamen Monitor entdeckt. Nicht so seltsam wie der andere, aber dennoch. Voruntersuchung haben wir geben uns ein Hauptsache hier im Sanko. Okay. Nein, ich will da nicht den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte den Fahrplan benutzen. Danke, tschüss. Ich färbe hier jetzt einfach nochmal ein bisschen random rum. Wir hoffen, dass ich den 1% noch finde. Ich dachte ja eigentlich, es wäre die Schraube da gewesen. Aber die war es ja scheinbar nicht. Das habe ich schon mal probiert. Ähm, joa, ne? Dann färbe ich draußen nochmal ein bisschen rum. Ansonsten bleiben wir hier wohl leider bei 0%. Vielleicht ist es unter dieser Box irgendwas. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich die wegbekommen soll. Ich meine, wenn hier auch keine Gegner sind, kann hier auch niemand sein, der irgendwas wegsaugt und fahrbar ist. Das kann ja eigentlich nur in dem Fernseher sein. Aber dann habe ich auch keine Shy Guys gefunden, die irgendwas hätten schlürfen können. Ganz komisch. Okay, joa, ich beende die Empathie. Ich hoffe, ihr Spaß hat euch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis dann.